Hallo und herzlich willkommen, liebe Checkit Classic Together Freunde. Hier ist wieder euer Ruvie. Ich muss gerade mal mein Inventar sortieren. Hatte jetzt lange nicht aufgenommen und habe ja jetzt auch einen anderen Account. Da musste ich mir erst mal meine ganzen Sachen wieder über InfSea geben. Blöderweise haben die halt hier auch gar keinen... haben die dadurch ihre Haltbarkeit verloren. Kann ich das nicht droppen? Cool, ist ja blöd. Machen brauchen wir womöglich noch. Ich muss erst mal hier die ganzen Kisten wieder so... Was war Technik? Was war denn hier drin? Nahrung, Mobloot. Ich nehme mir mal ein paar Steaks. So. Und ganz schön viel Erde haben wir hier. Die müssen wir mal einsortieren. Erde, Stein. Ich weiß gar nicht mehr, wozu wir den Stein hier dabei hatten. Hier fandet man auch ganz viel. Ja, zwei Kisten. Was machen wir denn damit? Gute Frage. Ich packe das ganze Zeug erstmal hier rein, was wir jetzt nicht brauchen. So. Und kill noch das Vieh hier. Stopp. Spinnenauge. Spinnenauge. Nein! Spinnenauge. Maus. Fang an, ordentlich zu scrollen. Scrollen. Mein PC hat eine ganz schön hohe CPU-Auslastung. Eventuell, weil ich nebenbei noch was hochlade. Ich muss gerade mal hier unten gucken. Und mich hier erstmal wieder so ein bisschen einfinden. Ich war ja jetzt hier lange nicht unterwegs. Ähm, ach ja, genau. Hier waren die ganzen Ärzte und so Stuff. Was haben wir denn hier noch drinne? Ich denke, wir könnten mal wieder meinen gehen oder so. Mhm. Noch ganz viel Zeug. Obwohl, warte mal. Wartet doch einfach mal ganz kurz. Ähm... Ja, und ihr hört wahrscheinlich gerade, ähm, die Mopeds draußen vorbeifahren. Das tut mir jetzt leid. Okay. So, wie geht's mit Refined Iron. Eine Batterie. Refined Iron wäre... Ach ne, das ist Silber. Refined Iron und so ein Advanced Circuit. Da bauen wir uns nämlich gleich mal so ein. Ähm, Refined Iron brauchen wir wieder. Redstone und Kupferkabel. Wie viele brauchen wir dafür? So viele, wie wir nicht haben. Nervousel. Ich guck mal, ob das auch ohne, ähm, Dingens geht, wo es nah ist. Ah, hier ist einer. Äh, nein, falsch ist zwar. Oh, man kann das hier ja noch gar nicht ziehen. Stimmt ja, da war ja was. So, ich schaue jetzt mal, ob das auch ohne, Dingens geht hier. Äh, ging das jetzt so hier? Oder... Nee. Redstone. Und in die Mitte Iron with Fire Iron. Nee, geht nämlich nicht. Da müssen wir uns jetzt mal hier hinten ein bisschen Zeug aus unserer Farm holen, quasi. So richtig ne Farbe ist es noch nicht hier. Das wird auf jeden Fall kaputt gehen. Hallo, hallo. Aha. 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 Genügend zu euch haben wir ja. Äh, komm ich da ran, jo. Easy. Ich guck hier halt immer erstmal so von den ganzen Richtungen ab. Nicht, dass wir dann was übersehen. Weil wir brauchen, wie gesagt, extrem viel gerade im Moment. Hier oben ist noch eins. Und eins könnten wir rein theoretisch noch machen. Wir waren hier hinten noch nicht gucken. Ja, jetzt ist es weg. Ja, das ist ein Stück. Lassen wir jetzt einfach mal an seinem Platz. Ist hier noch was rausgeflogen, ganz genau. Da tun wir das doch dann erstmal. Aber in welchem Tat man das, um mehrere draus zu machen? Gute Frage. Ausprobieren einfach mal. Das Gerät müssen wir hier unten eigentlich schon haben. Compressor? Ne, offensichtlich nicht. Da tun wir es doch in den Electric Furnace einfach. Ich brauche das aber schnell, deshalb so hier. Äh, ah, hier haben wir ja schon die ganzen Dingens-Tables gebaut. Genau, einen Messerator müssen wir mal noch bauen. Messerator, ganz wichtig. Lassen wir ordentlich hinsetzen hier. Ich hoffe, das passt so vom Sound her. Ich bin mir da jetzt nicht so hundertprozentig sicher. Ist ein bisschen schwierig gerade. Und ja, äh, Dingens legt gerade so ein bisschen. Ich stelle die Render das jetzt einfach mal auf normal ein. Ist jetzt nichts Dramatisches. Ne, hat sich nicht verbessert. Ach ne, ich brauche ja erstmal, ich brauche ja erstmal hier. Man, no. Ich vergesse immer, dass das noch nicht geht hier. Aber so ging es ganz offensichtlich nicht. Ich glaube, das muss man ja... Ach, gar keine Kupferkabel, sondern ganzes Kupfer. Ganze Kupferstücken. Oh. Da habe ich jetzt Mist gebaut. So. Äh, bbbb, hier. Ja. Ja, wir... Nein, nein, jetzt habe ich hier unisolierte gemacht. Ah. Fah. Verdammt, ey. Jetzt reicht es jedenfalls. So, jetzt haben wir hier so ein Advanced Circuit. Äh, L-Batterie. Ein bisschen Zeug hier, so. Haben wir einen Mining Drill, den gehen wir gleich mal unten aufladen. Ne, das kommt nicht hier rein. So, ihr kommt da rein. Und nachher, so Batterien springen wir immer entgegen. Da fällt mir gerade ein, haben wir noch Kohle oder sowas da? Ja, ein bisschen Kohle haben wir, aber andererseits fällt mir gerade ein, wir könnten noch einfach mal... Ja, weil so viel Rubberwood braucht kein Mensch. Und so viel Birkenholz auch nicht. Dann lassen wir einfach mal einen halben Stack da und tun das hier jetzt nämlich runter und machen da raus. Machen da raus einfach mal ganz geschmeidig Holzkohle. Und... Ah, ja. Aufladen, genau. Charging Bench. Oh nein. Ah, hier muss ich es reintun. Okay. Der lädt sich auf unsere Badboxen. Die verliert zumindest schon mal Energie. Die versorgt zum Glück nur die hier drüben. Ah, ein Maserator bauen wir halt auch jetzt gleich mal. Me... Er... 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 Okay. Ich hatte das irgendwie anders in Erinnerung, aber... Ja, das ist schon lange her. Betten haben wir auch noch nicht hier, ne? Das ist ja echt eine Schweinerei. Wir haben zu wenig Refined Iron. Wir müssen dann mal noch welches machen. So, jetzt bauen wir hier aber richtige... Richtige Kabel. Oder die richtigen Kabel vor allem. So hier, ne, das reicht nämlich nicht mehr. Jetzt haben wir 14, ähm... Bauen uns so einen Advanced Circuit... Äh, so hier? Ja, genau. Ich schätze mal eine Batterie... Ein paar Batterien brauchen wir für den Maserator dann auch. Ah, nein, tatsächlich nicht. Aber einen Maschin Block. Und dafür brauchen wir verdammt viel Refined Iron. Aber unsere Öfen unten sind gerade besetzt. Jetzt geht es gerade hier hoch. Äh... What could we do? Wir brauchen auf jeden Fall noch Flint, oder was das ist? Ja, Flint. Flint, Flint, Flint... Äh... Sieht gerade schlecht aus. Zwei Stück. Zwei verdammte Stück. Ich hab nichts gesagt. Ich hab nichts gesagt. Ich hab nichts gesagt. Aber... Äh... Nein, jetzt hör auf hier so... Blödsinn zu machen. Wir bräuchten definitiv mal ein wenig... So. Äh... Okay, aus dem Holz kann man scheinbar nichts mehr machen. Egal, dann verfeuern wir das nämlich einfach. Das ist uns nicht wichtig. Hier kommen... Hier vorn kommt die Lefte rein. Hier vorn. Und dann so hier. Da produzieren die wenigstens mal ordentlich was. Jo. Find ich super. Wir brauchen noch mehr Refined Iron. Äh... Da ist Eisen. Ähm... Kupfer können wir nicht nochmal schmelzen, wenn ich mich recht erinnere. Wär zumindestens leicht, äh... Unsinnig. Das heißt leicht. Ich bin heute auch alleine. Ihr habt schon gehört, gesehen. Wie auch immer. Allen Ernstes. Du willst mit mir tanzen? Ey. Echt? Echt? Keine drei Schläge? Sondern vier? Gut zu wissen. Not to know. Wir wollen aber einen Messerator bauen. Und uns nicht hier die ganze Zeit von diesen Mobs ablenken lassen. So, Refined Iron haben wir genügend. Ähm... Nein. Eins brauchen wir noch. Dann können wir einen Mission Block bauen. We... Ich will das immer ziehen, ey. Ich will das immer ziehen. Ein Messerator. So, so. Mission Block. Eins, zwei, drei. Und einen... ...Electrical Dingens da. Dingens die Boomens da. Den setzen wir doch einfach mal direkt hier hin. Und da können wir dann in Zukunft nämlich unser Rubber reintun und kriegen da mehr raus. Ich glaube, das ist dreifache. Wenn ich mich jetzt recht erinnere. Unser Mining Guild dürfte fertig sein. Perfekt. Ich überlege gerade bauen wir uns noch einen zweiten. Weil wenn der mal alle ist, wäre vielleicht ganz gut. Ach kommt, wir müssen jetzt die Ressourcen ja nicht verschwenden. Wir haben sie zwar erstmal noch, aber das kann sich ja jederzeit ändern. So. Ein paar Bad Boxen könnten wir noch bauen, um unten dort immer genügend Energie zu haben. Bad Box. Ja. Batterien und Kabel. Hätte ich mir fast denken können. Kabel, Batterien, Holz. Hier, 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 Holz. Nehmen wir uns doch hier einfach mal ein bisschen was raus. Nein, wir müssen hier hin. So. Wenn ich das jetzt recht in Erinnerung habe. So hier, oder? Zwei Bad Boxen, ganz genau. So, zwei Bad Boxen. Wir müssen hier mal kurz den Kreislauf unterbrechen. Und so hier. Funktioniert die? Äh, scheint so. It seems to be like this. Hallo? Komm ich da noch irgendwie ran? Der hier ist jetzt voll. Die hier läuft jetzt voll. Der hier ist hochgebackt, aber wir können es nicht aufnehmen. Super. Und die hier sind auch schon wieder leer. Heißt... Ja, jetzt machen sich die Bad Boxen hier noch leer tatsächlich. Ich hole mal die Charcoal von oben. Das Ding ist ja echt extrem hungrig. So. Und dann ist die Folge auch gleich schon zu Ende. Mist, falsch Richtung. Und, 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 und. Hier rein. So. Ja, damit sollte man die Dinger auf jeden Fall vollkriegen. Da gibt es keine Komplikation, denke ich mal. Die paar Kabel lassen wir jetzt da liegen. Die sind uns in dem Moment egal. Ähm. Dann hauen wir die hier noch rein eben. Ja. Springen wieder gegen. Ähm. Drill. Ich wollte hier noch eben was gucken. Wie man so einen Diamond Drill macht. Okay. Weil Diamanten müssten wir genügend haben. Exakt 3. Gehen wir halt runter. Meine Herren. Ich höre da oben nur die Monster rumrennen. So. Und einen Diamanten Drill. Sorry Leute. Ich habe gerade arge Probleme hier irgendwie die Audiospuren zu synchronisieren. In den nächsten Videos wird es besser. Mir ist das nicht aufgefallen. Also irgendwas ist hier mit OBS. Ich verstehe es nicht. Tut mir leid an der Stelle. Ich hoffe ihr könnt es akzeptieren. Tschau an der Stelle nochmal. Tschau an der Stelle nochmal.